Britta, hatte ich in dieser Schule jemand... Du bist die beste Schauspielerin der Welt. Sie können leider nicht alle annehmen. Sie können sich selbstverständlich wiederbewerben. Schauen Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber ich habe neulich eine Aufführung in dieser kleinen privaten Schule in Pritz gesehen. Nicht schlecht. Matthias Godula, der Mann, der diese Schule gegründet hat. Er hat gesagt, der Tanz des Schauspielers auf der Messerklinge, das Ungewisse, dahin führt der Weg. Glauben Sie, Sie können Ihnen gehen? Er muss sich bei uns. Niemand kann sich darüber wissen. Ich kann nicht darüber sprechen. Worüber? Die Metodeln. Kommst du? mess上 ging. Der Mann! Kommst erinnere sind! Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Dann bleiben sie. Kommst du?